Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir werden heute stoppenfräsen müssen. Es könnte ein bisschen lauf sein, aber das können wir ein bisschen korrigieren. Schottenfräsen heißt für mich, wir müssen anfangen und zwar auf der nächsten Seite, da wo wir im Prinzip im nächsten Jahr wiederum Dings pflanzen werden. Bäume, dieses Jahr in Rheinemeer, dieses Jahr haben wir fertig. Beziehungsweise ja, im nächsten Jahr, frühen Winter. Oder kommt der nicht auch ein Tag an oder ein, zwei Tage, ist ja egal. Hauptsache wir pflanzen die halt in Jahresabständen und dann haben wir immer genügend Holz zur Verfügung. Wir brauchen uns keinen teuren Wald kaufen. Der will nicht. Wollen gibt es nicht, ne? Er muss. Ja, die stoppenfräsen ist eine leidige Arbeit. Ich muss mal gemacht werden. Spätestens dann mit dem Harvester reinfahren, überall und festfahren, wegen Stumpen ist es vorzusehen, dass es ein Vorteil ist und wir keine mehr haben. Zumindest nicht von den Bäumen, die wir dann schon mal hatten, ne? Ich würde über den Idealfall, dass die Dinger von alleine verfaulen würden. Ich sag mal, in der Natur wäre das so, dass die Stumpen im Lebensalter von so einem Baum, der ja 100 Jahre alt, dann kann man älter, dass Stumpen dann weg wäre, ne? Das einzigste wäre, wie gesagt, wenn wir immer mal pflanzfrei sind, könnten zerstörend sein. Heute ist es teilweise, sollte man sehen, dass wir ausgefunden haben, dass die alten Wurzeln im Grunde die jungen Bäume unterstützen. Das heißt, die jungen Bäume werden über die alten Wurzeln mitversorgt an Nährstoffen und so und die nur nach und nach absterben. Natürlich die eigene Rasse natürlich, also die eigene Rasse. Die eigene Baumart-Prinzip, ne? Natürlich keine Fremden. Die schützt sich grundsätzlich. Das hat man nur nachgewiesen. Also mit Pilzen Symbiose eingehen und somit ihren Radios erweitern wegen Nahrungsaufnahme, also Wasser und Nährstoffe im Gegenzug, wenn die Pilze versorgt, ne? Also beide haben was davon. Natürlich ist es auf Dauer schädlich, wenn man den Wald mit schweren Maschinen und die verdichtet, das ist ungünstig. Waldbohnen ist normalerweise lebendig, sag mal so, ne? Mit vielen Tieren. Tiere den Wald dienen und Tiere den Wald schädigen. Aber wie gesagt, es gibt ja immer das Gleichgewicht der Natur. Ja, so was Mäuse gibt, gibt es auch Füchse und wenn die Füchse da sind, dann gibt es auch nicht mit Mäuse, ne? Also dann halten die sich Grenzen. Oder andere Tiere, die da sind, ne? Also das ist ja immer ein Gleichgewicht normalerweise. So viele Mäuse würde ja den Wald schaden, ne? Oder andere Nagetiere halt, ne? Wiederum brauchen Uhus und die alte Tiere Möglichkeiten zum Brüten. Und dazu braucht man eigentlich auch ältere Bäume, weil die nutzen ganz gerne die Höhle von Spechten. Und Spechte, äh, wiederum brauchen, äh, ja, auf Laas, etc., die ganz gerne in toten Bäumen wachsen. Also Lehm, ne? Und, äh, der Specht, äh, kann halt in diesen Bäumen halt, äh, leichter seine Höhlen bauen, ne? Ja logisch, totes Holz ist meistens ein weicher, ne? So im toten Haus gibt es ja auch entsprechende Käfer, Käferlarven vor allen Dingen. Das Specht, äh, braucht die halt, ne? Und so wäre es auch mit den Borkenkäfern nicht ganz so gefährlich, in Anführungszeichen, wenn, äh, äh, der Natur auch den, äh, den Specht, den Lebensraum lassen würde, aber nur junge Bäume da sind. Dann hat der Specht keinen Lebensraum und somit, äh, so kann er den, den Forst nicht helfen, ne? So eine Plantage ist halt, äh, anfällig, ne? Ein gewachsener Wald ist ja, äh, im Grunde des Gleichgewichts mit der Zeit gewachsen, ja. Und wenn du viel Futter hast, dann hast du auch viele Raubtiere, ne? Ist so. Wenn die sich eklusionsartig vermehren, da waren die Gründe. Schöne Stumpen, ne? Ja, aber es wird eine schöne Folge, wenn wir so gestunden haben, ne, ja. Aber das ist halt, äh, das gehört dazu. Ja, und eine 16-fach-Karte wäre das ein bisschen, ne? 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 Wenn ich mal alle Felder habe und die alle gewirtschaftet habe, dann können wir darüber nachdenken. Oh, dann muss ich total 21er denken oder 22er, wie das Ding heißt, ne? Denn alle Felder kaufen, dann muss man schon viel, viel Geld verdienen. Und dann läuft auch die Produktion erstmal hier in Freising, ne? Also das ist, äh, der will nicht. So geht's aber. Ja, ich denke mal, das ist, äh, weit weg. Hier werden wir die Karte schön ausreizen. Ja, da haben wir eine Reihe gefahren zu bringen, ne? Sträuche. Ja, da ist ein bisschen eintunig, ne? Also das ist ja sehr, 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 ja, langweilig, sag mal so, ne? Aber wir können auch mal die, die Geschwindigkeit aufreizen. Das Radio war nicht gut. Na gut, den Augenblick vielleicht nicht, aber ich wollte auf 5 HP. Wenn ihr die Radio und LS hört, gibt Probleme mit der Rechte. Wenn ihr jetzt, äh, wird eigentlich ermahnt und man wird eigentlich, äh, angeboten, die Musik rauszufiltern, ne? Das machen sie ja schon, ne? Da haben sie ja von Erfahrung mit. Aber, nach Möglichkeit. Keine Rechtsverlation bei Musik. Da haben wir gerade die GEMA. So, was eigentlich normalerweise für die Werbung wäre, ne? Genau genommen. So, haben wir jetzt die Ecke gesäubert. Die Ecke wäre gesäubert. So, vorne die Ecke. Da haben wir, äh, da haben wir eine. Na gut, wenn einer mal liegenbleiben würde, wäre auch nicht jemand, ne? Das wird auch nicht umbringen. So, dürfte hier alles läde sein, ne? Da oben ist eh alles weg. Stehen viele Bäume. Können wir erst im nächsten Jahr sehen, ne? Oder in zwei, drei Jahren. Und, äh, jungen Bäumchen. Ich hab' mal gesehen, wie sie, im Prinzip, die, die Tannenzapfen ernten und, äh, die Bäume züchten. Also, das richtige Aufwand. Das heißt, jetzt geht's um große Höhe und dann werden die, äh, 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 na, gepflückt werden die nicht, aber ich glaub' doch. Aber dann schüttelt, keine Ahnung, und dann fahren die alle runter und dann werden die einfach unten gesammelt oder unten gepflückt. Ich glaub' ich genau, ich glaub' ich hab's, äh, äh, achtmal gesendet im Fernsehen, also luftiger Höhe, da muss man nicht schüttelfrei sein. Ich glaub', ich glaub' die haben sie eigentlich, die haben sie gepflückt. Also, die Zapfen, die brauchen sie einfach nicht. Normalerweise, pflanzen sie ja über, vom Wind betragen, diese Arme. Ich glaub' draußen bei mir und Tarse auch ab und zu mal so'n Ding zu liegen und so'n Baum, aber auch mal ein Baum. Und, also, jungen Bäumchen, seh' ich ab und zu mal, muss sie aber rechtzeitig rausreißen, sonst, äh, ich krieg's da nicht mehr weg. Also, wenn ich mein' gut ne. Aber auch kleine Tannen, Tannen wollen wir, glaub' ich, auch, hab' ich ab und zu mal auch mal dabei, aber, die will ich ja gleich hier haben. Christian, den guten Weg, den Weg. Und Engerlinge in der Erde, glaub' ich auch. Also, ich leg' im Frühjahr erst die Pflanzung, einpflanze nachher, und dann muss ich vorher die Erde-Prinzip, äh, äh, kurz anschauen, wenn wir die ganzen Engerlinge raus haben, und, äh, gehen die Pflanzleien, ne. Die vertragen die nicht, wenn es zu viele sind. Ja, und jetzt kommt der Frühling, ne, nach und nach, geht los, geht ja am Südwesten, am Rhein, da oben, da ist zuerst. Alles grün wird. Die Super-Metrologen haben wir schon vorausgesagt, dass die Sonne sehr heiße trocken wird, ne, ja. Auch ne Glaskugel da. Haut auch so. Wenn einer sagen würde, es kommt Hochwasser, dann würde ich sagen, okay, dann kann man schon sagen, okay, da hast du mächtig, äh, ja, Risiko, dass nicht eintrifft, ne, aber, äh, aber jetzt zu sagen, dass es, äh, sehr heiß wird und sehr warm wird, ja, gut, ist keine Kunst, ne, bei der heutigen Lage. Also der März wird wahrscheinlich, äh, ja, normal werden, Anführungszeichen, ne, vielleicht ein bisschen zu warm, aber, aber der große Frühling kommt jetzt auch noch nicht, ne. Dass wir alle gerne schon mal sehen würden, ne. Da hier von 20 Grad und mehr, ne, also das wird nicht kommen, also, dass mal ein Nahmetter mal 15 Grad sein werden, ja, gut. Aber so im Großen und Ganzen wieder durchwachsen sein, äh, mal kühl, auch nass. Die Bauern werden sich freuen, wenn es jetzt trocken ist und nicht zu nass ist, ne, das ist ja beides für die schlecht. Also zu trocken wächst nicht, ne, das ist ja immer das, äh, berühmte, ja, Gleichgewicht, ne. Aber schon viele Bäume gefällt, ne. Das ärgerliche dabei ist ja, du hast ja große Bäume gehabt, äh, mit wenig auf, äh, ja, und dann kleine. In kleinen Stunden musst du genau so ran wie in großen, ne. So, mit einem großen, wenn du nicht mehr Geld, ne. Beziehungsweise was weniger fahren, ne. Ja, jetzt gehen wir langsam, äh, wenn das am zweiten Tag, ne, 16 Uhr, es ist dunkel, und zur nächsten Folge werden wir da entsprechend, äh, Tempo drücken. Wir haben zwar noch einige Bäume vor uns, aber alle werden wir nicht machen. Mal später mal wieder eine Folge, morgens früh werden wir dann entsprechend, äh, äh, in game, die Tiere versorgen. Schweine, Kühe, die ersten Kälber freuen, wahrscheinlich. So, liebe Schöber, das soll's heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sag mal Tschüss, und wickel, wickel, ciao, ciao. Wir machen gleich weiter mit, ja, mit den Kumpenfräsen, ne. Tschüss